herzlich willkommen bei rix modellbau dodge charger ausgabe 55 und wenn ich das richtig in erinnerung habe ist dann halt jetzt halbzeit weil er hat glaube ich 110 ausgaben kann mich auch täuschen aber wir bauen das armaturen brett so und jetzt muss ich erst mal vom fertigen schasse wieder ein paar kabel abklemmen und zwar brauchen wir hier vorne wir brauchen hier diese armaturen brett beleuchtung wir brauchen den grünen schalter und wir brauchen den weißen schalter so und den rest machen wir schön wieder ein kabel dran band drum zack zack so dann entschwindet er wieder schon ganz schön gewicht das teil so dann die teile die wir haben müssen wir auch befreien was haben wir denn hier alles schönes das ist also vor der teil vom armaturen brett das ist die instrumententafel das ist der led halter hinten das sind die instrumente das haben wir da schönes tacho ne drehzahlmesser spannung tacho und öldruck so wie sie auch hier steht walt temp ölpresser naja natürlich temperatur das ist kein tacho ja das ist die wassertemperatur und grad fahrenheit darum ist es so hoch ok wir haben hier drei knopfe und ap schrauben wort machen wir denn als allererstes als allererstes bringen wir hier das hier an dann nehmen wir die knöpfe und zwei gleiche das sind diese hier und der kommt da rein das ist der einzige punkt so kabel haben wir schon abgemacht jetzt nehmen wir diese halterung hier nehmen das grüne kabel das ist diese halterung und das ist und das ist gewerbeweise das ist Und bringen dieses Teil so rum hier an. Da muss ich mal gucken, wie man sich irgendwie noch ein bisschen flacher biegen. Notfalls muss ich es so abschneiden, aber es fühlt sich doch schon ganz gut an. Gut, wir befestigen das mit zwei AP-Schrauben. So einmal hier durch. Und Armory dadurch. Gut. Das Ganze kriegt ihr dann auch ein bisschen durch die Befestigung, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das kommt dann so hier hin. Noch mal zwei AP-Schrauben. Okay. 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 So sieht das also schon mal aus. Wie? Das war es schon. Ich habe gedacht. Ach so, das Licht hätte ich noch gar nicht abmachen brauchen. Oh jo. Oh jo. Oh jo. Das muss ich nur... Off und Start. Ich muss nur aufpassen, dass ich diesen Knopf da... Ne, den verliere ich ja nicht. Oder hat ja überhaupt gar keine Funktion. Ich dachte... Ne, da ist doch nichts. Das ist einfach nur... Ich hoffe, das blickt sich hinterher nicht so weit weg. Sonst muss ich mir hier noch etwas einfallen lassen. Mal gucken, dass das... Vielleicht hält es auch irgendwie dann später. Okay. Ja. Das ging ja dann doch schneller als erwartet. Ups. So. Wunderbar. Also es gefällt mir. Es ist nicht alles optimal, aber ich glaube, es gibt kein Modell, an dem alles optimal ist. Jedes Modell hat so seine Vorzüge und auch gleichzeitig wieder Nachteile. Damit muss man halt leben. Aber das ist nicht weiter schlimm. Gut. Dann machen wir heute hier Schluss. Und ich gucke, dass ich dann für die nächste Folge die nächste Lieferung auspacke. Das war Lieferung 55. Ja. Das war's. War schön. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Und ja. Bleibt gesund. Tschüss, macht's gut. Euer Rick. Tschüss. 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 Tschüss.